freunde der sonne jrg 7d7 ist mein kanal 7ader.com ist meine website heute ist der zweite november und es ist wieder ein herrlicher goldener oktober tag den man einfach zum fahrrad fahren nutzen muss heute fahre ich mal hier bei mir im wald los und es wird eine relativ kleine runde ich fahre mal zum hirschpfad in der nähe von dipperts dann über den saubrückentrail dann nach langenbiber da gibt es so eine kleine mountainbike strecke und dann irgendwie wieder zurück übrigens ihr könnt auch den kanal abonnieren das würde mich freuen und es ist echt kostenlos aber nicht umsonst viel spaß bei dieser episode und los geht es natürlich wieder bei mir im hauswald im hauswald Bis zum nächsten Mal. Und schon wieder grüßt das Schloss Biberstein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die letzten Meter wieder zurück in meinem Hauswald. Es wird schon richtig dunkel. Es ist jetzt 17 Uhr. So, wieder zu Hause angekommen. Das war die Tour in der Vorderröhne über einige kleine Trails. Schöne Abfahrten. Hat Spaß gemacht. Das war es für heute. Wir sehen uns auf dem Trail.